Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht es rund um das Thema Aufbau. Der Winter steht vor der Tür und dann möchten wir alle eins, richtig schön in den Winterbalk, richtig schön Muskulatur und nicht Fett aufbauen. Das passiert aber leider den meisten, dass sie reingehen in so einen Winterbalk, sich über den Winter vornehmen, ich packe richtig Muskulatur drauf, vielleicht sogar ein neuer Anfang und sich denken, okay, let's go Muskulatur aufbauen, dann ein paar Sachen falsch machen und dann schlussendlich dastehen und eigentlich nur Fett anstatt Muskeln aufgebaut haben, dann eine Diät machen irgendwann mal im Frühling und schlussendlich bleibt gar nichts hängen und nicht wirklich, was ist passiert. Dementsprechend heute ein spezifisches Video rund um das Thema Aufbau. Was müsst ihr beachten? Wo kann man Fehler machen? Ich möchte euch einfach einen klaren Fahrplan bzw. sehr, sehr viel Infos an die Hand geben, damit diesem Aufbau über den Winter nichts schief geht und ihr anstatt Fett endlich mal Muskulatur aufbaut. Wie gesagt, das sehe ich wirklich extrem, extrem häufig, dass viel zu viele Trainierende über den Winter einfach viel zu fett werden, denken, es ist Muskulatur und schlussendlich ist eigentlich nichts passiert. Dementsprechend starten wir direkt rein mit dem Video vorab. Schauen wir uns aber zuerst die Themenübersicht an, also welche Themen werden wir heute behandeln. Wir starten direkt rein mit dem ersten Thema und zwar werde ich zuerst mal ganz klar nochmal die Ziele des Aufbaus definieren, euch alle abholen, damit wir erstmal auf den gleichen Nenner sind. Dann werden wir besprechen, wie baut man denn eigentlich besser und effektiver Muskeln im Aufbau auf, vergleichen dann zwei verschiedene Verfahrensweisen im Aufbau, denn einmal den Dirty-Balk und einmal den Lean-Balk miteinander werden dann so ein bisschen herausfinden, was besser ist und gehen dann rein in die spezifischen Empfehlungen, also in den Kalorienüberschuss. Der ist eng geknüpft an den Empfehlungen für den Fortschrittsgrad, werde ich auch gleich darauf zu sprechen kommen, was ich damit meine. Dann werde ich euch Makro-Empfehlungen für euren Aufbau geben und dann werden wir besprechen, wie sollte denn eigentlich die Zunahmerate, also ROG, Rate of Gain im Aufbau, aussehen, damit ihr nicht zu viel Fett aufbaut, sondern wirklich sehr, sehr effektiv eigentlich nur Muskulatur im Aufbau dann eben drauf packt. Außerdem schauen wir uns dann zum Schluss noch an, was man machen kann, wenn es dann eben im Aufbau entweder zu schnell läuft, also wenn ihr zu schnell zunehmt oder wenn ihr stagniert oder sogar vielleicht abnehmt. Also ich würde sagen, wir starten rein ins Video, wir starten rein mit dem ersten Thema und zwar die Ziele im Aufbau. Das Ziel im Aufbau sollte ganz klar sein, so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen. Das ist natürlich logisch und dementsprechend im besten Fall ohne Stagnation und ohne zu viel Körperfett auch zuzunehmen. Also wir möchten sehr, sehr effektiv rein nur Muskulatur aufbauen, denn Fett macht unsere Form schlechter, Fett bringt viele zahlreiche Nachteile mit sich und auch vor allem Fett verlängert dann eben auch unnötig aufgebautes Fett, verlängert dann eben auch im Nachhinein irgendwann mal die Diät, die wir dann vielleicht irgendwann mal hin, vielleicht zum Frühling, Sommer machen möchten. Und dementsprechend ist das Ziel im Aufbau natürlich logischerweise auch keine Verletzungen, ganz wichtig, und auch keinen Nährstoffmangel. Also das Ziel ist auf jeden Fall ganz klar darauf, dass der ganze Körper, der passive Bewegungsapparat und auch natürlich auch allgemeines Immunsystem gesund bleibt, damit wir die ganze Zeit ins Fitnessstudio gehen können und Vollgas geben können. Denn wenn man sich verletzt, dann wird es mit dem Training, mit dem Muskulaturaufbauen eben relativ schwierig. Außerdem benötigt der Körper für den Aufbau sehr viel Energie und dementsprechend auch ausreichende Makro- und Mikronährstoffe. Heißt, ganz wichtig zu hören, ein konstanter Kalorienüberschuss ist im Aufbau ein absolutes Muss. Nicht mal einen Tag ein bisschen mehr essen, da mal einen Tag hoch, heute tracke ich mal nicht, sondern die ganze Zeit muss man fest den Plan verfolgen, denn der Körper braucht sehr, sehr viel Energie, um halt eben Muskulatur aufzubauen. Denn ganz wichtig, Muskulatur ist für den Körper eigentlich unnötig und nur ein Anpassungsprozess von halt eben dem harten Training. Und wenn dann der Körper nicht genügend Nährstoffe bekommt, dann sagt er sich, okay, ich brauche glaube ich doch nicht Muskulatur. Dementsprechend konstanter Kalorienüberschuss, passend für deinen Fortschrittsgrad und dann läuft es richtig gut mit dem Aufbau. Wie man das Ganze gewährleistet, darum kümmern wir uns jetzt. Wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Punkt und zwar besser und effektiver Muskeln aufbauen. Also welche Stellschrauben sollte man ein ganz besonderes Augenmerk legen, damit es im Aufbau gut läuft. Ganz klar, Fokus auf die Regeneration heißt eine gute Schlafqualität und Quantität. Also man sollte auf jeden Fall mindestens sieben bis neun Stunden schlafen. Klar, du kannst auch Muskeln aufbauen mit vier oder sechs Stunden Schlaf, aber es läuft halt eben deutlich besser, wenn du dann länger schläfst. Dann noch ein weiterer wichtiger Punkt und zwar die Peri-Workout-Nutrition. Also die komplette Ernährung rund ums Training sollte passen, heißt vor dem Training eine kalorienreiche Mahlzeit mit viel Kohlenhydraten und Protein und nach dem Training eben genauso, damit rund ums Training der Körper eben mit Energie versorgt ist, mit der dann einerseits natürlich das Training unterstützen kann und dann im Nachhinein natürlich auch die Regeneration sehr, sehr gut in Gang setzen kann. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist wirklich extrem wichtig und zwar Consistency ist key, habe ich gerade schon angesprochen. Sei konstant im Kalorienüberschuss, trainiere intensiv mit einer guten Technik und regeneriere effektiv. Das sind eigentlich so die drei essentiellsten Punkte, also ganz, ganz klassisch Essen, Trainieren und Schlafen. Wird aber oftmals eigentlich nicht so als wichtig empfunden, sondern man sucht natürlich immer das Hokus-Pokus-Supplement, die extrem spezifische Intensitätstechnik oder vielleicht sollte ich doch keine Nudeln essen, sondern Reis. Darauf kommt es halt eben nicht an. Das sind die drei wichtigsten Parameter. Essen, Trainieren und Schlafen. Auf die solltet ihr einen ganz besonderen Augenmerk setzen. Und wenn da alles gut läuft, dann habt ihr schon mal einen großen, großen Teil richtig gemacht. Vergleichen wir jetzt den Lean-Balk mit dem Dirty-Balk. Kurz ein bisschen angeschnitten. Der Lean-Balk ist eher so ein bisschen was Neueres, New-School-mäßig ist und der Dirty-Balk eher so ein bisschen Old-School-mäßig ist, wo man sagt, okay, fressen, 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 Hauptsache Masse, Masse ist Macht. Und dementsprechend möchte ich jetzt einfach so ein bisschen den Lean-Balk mit dem Dirty-Balk miteinander vergleichen, so ein bisschen auch noch die Vorteile von dem Lean-Balk aufzeigen. Starten wir erstmal rein mit dem Lean-Balk, das das Ziel ganz klar definiert und zwar maximaler Muskelaufbau bei minimalem Fettaufbau. Also man möchte so muskulös wie möglich werden. Dementsprechend hat man im Lean-Balk einen niedrigen beziehungsweise einen moderaten Kalorienüberschuss. Ziel ist es, wie gesagt, eine geringe Zunahmerate von Körperfett zu haben. Und dementsprechend kann hier zum Beispiel auch ein kleiner Nachteil kommen, wenn man halt eben nicht richtig trackt oder eben auch nicht wirklich viel im Kalorienüberschuss ist, kann es halt eben auch sein, dass man an manchen Tagen nicht im Kalorienüberschuss ist. Und das habe ich schon vorab gesagt, das ist extrem, extrem wichtig. Also hier schon ein kleiner Nachteilpunkt. Aber dennoch kann man die Kalorien dadurch relativ simpel und gesund auch vor allem abdecken, weil man sich jetzt nicht Unmengen vieler Nahrung reinschaufeln muss, um irgendwie in einen extrem krassen Kalorienüberschuss zu kommen. Man hat noch einen relativ gesunden Anhaltswert und kann dementsprechend auch relativ einfach seine Kalorien abdecken. Außerdem hat man eine sehr gute Ausgangssituation für die spätere Diät, weil der Körperfettanteil im Laufe eines längeren Lean-Balks nicht wirklich hoch steigt. Man hat also einen moderaten Körperfettanteil und keinen extrem hohen, was sich im Nachhinein dann die Diät natürlich auch viel angenehmer macht. Beziehungsweise dann macht man nicht so lange Diät und kann schlussendlich dann wieder früh in den Aufbau und zieht daraus auch wieder einen weiteren Vorteil. Außerdem ist der Körperfettanteil nicht zu hoch und das ist förderlich vor allem auch für gesunde Blutwerte und auch um allgemein fit und gesund zu bleiben. Das Point d'or dazu ist der Dirty Bike, wie vorab schon angesprochen. Hier ist das Ziel ganz klar maximaler Muskel- und auch vor allem Masseaufbau. Ziel ist es wie gesagt, so schwer und so massiv wie möglich zu werden. Dementsprechend fährt man einen sehr großen Kalorienüberschuss. Also zusätzlich eine hohe Zunahmerate an Körperfett hat man da, weil eben nicht wirklich, wenn du zum Beispiel 1000 Kalorien in den Überschuss gehst, da wird natürlich logischerweise nicht alles in Muskulatur umgewandelt, sondern ein großer Teil steckt der Körper dann natürlich auch als Fettreserve zurück. Und dementsprechend hat man dann irgendwann ein großes Problem und zwar Probleme mit dem Essen. Das heißt, man muss sehr viele Kalorien in sich reinschaufeln. Das ist erstens mal teuer und zweitens wird es auch irgendwann mal extrem ekelhaft, so viele Kalorien dann auch wirklich abzudecken. Heißt, man hat ein schlechtes Wohlbefinden und auch im Training kann es dann eben auch problematisch werden, weil man sich die ganze Zeit voll fühlt. Ich hatte das auch schon, ich habe auch schon ein paar Dirty Bikes durchgemacht, also ich spreche aus Erfahrung. Irgendwann ist man auch die ganze Zeit so vollgefressen, dass man dann im Training schon fast kotzen muss, weil einfach der Körper, die Verdauung nicht mehr so gut funktioniert und es ist einfach alles nur noch ekelhaft. Glaub mir, ich wollte keinen Dirty Bikes über eine längere Zeit machen, weil man da auch eine schlechte Ausgangssituation für die Diät hat. Man ist extrem fett und muss dadurch dann eben extrem lange eine Diät machen, kann dadurch natürlich nicht so schnell in den Aufbau gehen und dementsprechend schießt man sich dann gleich direkt doppelt ins Bein. Das möchten wir auf jeden Fall nicht. Außerdem, wie gesagt, der Körperfettanteil ist hoch und dadurch hat man erstens mal eine starke Belastung für den Körper, unnötige Körpermasse, die man die ganze Zeit mit sich rumschleppen muss, eine schlechte Ausdauer und es wirkt sich natürlich auch alles extrem negativ auf einerseits den Körper aus und irgendwann mal, wenn der Körperfettanteil dann auch zu hoch ist, geht dann natürlich auch das Testosteron nach unten, die Insulinsensitivität und dadurch baut man dann noch weniger Muskeln auf, also man schießt sich dreimal ins Bein. Also, wie gesagt, so ein Dirty Bike sieht cool aus, wenn man sehr viel Masse aufbaut, aber im Endeffekt hat man dann schlussendlich Nachteile und die ganze Sache ist ungesund. Dementsprechend ist unser Ziel ganz klar der Lean Bike. Wir möchten einen leichten bis moderaten Kalorienüberschuss erzielen und dementsprechend maximal Muskeln aufbauen und minimal Fett aufbauen. Das sollte hier ganz, ganz klar das Ziel sein. Jetzt kommen wir noch an ein wichtiger Punkt und zwar, der Kalorienüberschuss hängt ganz stark vom Fortschrittsgrad ab. Also, wie fortgeschritten du bist, heißt, je fortgeschrittener, desto weniger Muskelmasse kannst du noch aufbauen und dementsprechend sollte dann auch wirklich dein Kalorienüberschuss geringer sein, um halt eben nicht unnötig viel Körperfett aufzubauen. Ist natürlich ganz, ganz logisch, denn ein Anfänger hat noch viel, viel mehr Muskelaufbaupotenzial bis zu seinem genetischen Maximum, wie zum Beispiel ein Profi. Da geht nicht mehr wirklich viel. Dementsprechend soll den Profi dann eher seinen Kalorienüberschuss eher etwas kleiner halten und ein Anfänger kann dann schon so ein bisschen großzügiger damit umgehen. Erstens, er kennt sich natürlich noch nicht so gut damit aus und zweitens kann er eben auch relativ schnell Muskulatur aufbauen und da ist es halt eben auch wichtig, den Körper dann wirklich schon relativ viele, aber dennoch dosierte Kalorien zu geben, damit dann ordentlich was vorangeht. Dementsprechend kommen wir jetzt zu den Kalorienüberschussempfehlungen. Davor möchte ich aber noch eine Sache sagen, wenn euch das ganze YouTube-Video bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Zum Thema Kalorienüberschuss sollte man natürlich erstmal wissen, wie rechne ich denn überhaupt meine Kalorien aus und wenn ihr dazu noch ein Video sehen möchtet von der Hypertrophie-Akademie, dann schreibt es mir hier gerne in die Kommentare rein, dann werde ich da in Zukunft nochmal ein Video abdrehen, denn wie ich gerade schon gesagt habe, die komplette PowerPoint, wie ihr es hier seht, das ist alles von der Hypertrophie-Akademie und genauso sieht es auch intern in dem Mitgliederbereich der Hypertrophie-Akademie aus. Ihr habt über 50 Videos, wo ich euch alles rund ums Thema Training, Ernährung, Monitoring, Trainingspläne, Übungstutorial, alles erkläre und dementsprechend findet ihr bei der Hypertrophie-Akademie die perfekte Anlaufstelle, wenn ihr euer Wissen, euer Muskelaufbau aufs nächste Level bringen möchtet und meine Empfehlung ist auf jeden Fall hier mal zuzuschlagen und einfach mal nachzuschauen. Der erste Link in der Videobeschreibung und mit dem Code KAI sparte ich hier direkt 10% Rabatt auf die komplette Hypertrophie-Akademie. Und jetzt machen wir mal weiter mit dem Video und zwar für die Kalorienüberschuss-Empfehlungen für den spezifischen Fortschrittsgrad. Wir schauen uns hier mal zuerst den Anfänger an. Wie ich schon gesagt habe, der Anfänger kann ein bisschen großzügiger sein und zwar kann er so 300 bis 400 Kalorien pro Tag eben an Kalorienüberschuss erzielen, weil er wie gesagt das größte Muskelwachstumspotenzial hat. Ein fortgeschrittener Athlet, also jemand, der schon so, sagen wir, ein bis zwei bis drei Jahre trainiert, der sollte so 200 bis 300 Kalorien pro Tag im Überschuss sein und ein erfahrener Athlet, der schon länger als drei, vier, fünf Jahre trainiert, so 150 bis 250 Kalorien pro Tag. Und der Profi, der dann schon so über sieben, acht, neun Jahre trainiert und wichtig bei dem Fortschrittsgrad, effektives Training, also nicht mal ein Jahr trainieren, ein halbes Jahr nicht und so, sondern wirklich am Ball, wirklich auch schon Fortschritte erzielt. Ein Profi sollte dann so nach sieben Jahren schon so einen kleineren Kalorienüberschuss anstreben, wie 100 bis 200 Kalorien, um eben wie gesagt nicht unnötig, extrem viel Fett aufzubauen. Kommen wir nun zu meinen Makroempfehlungen im Aufbau. Starten wir rein mit dem Protein. Da könnt ihr euch in so einer Range bewegen zwischen 1,6 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sagt auch die aktuelle Studienlage, dass dort irgendwo der mehr oder weniger Optimalwert für die Proteingabe ist. Meine persönliche Empfehlung, halte das Ganze ein bisschen einfacher und zwar 2 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann seid ihr mit dem Protein auf jeden Fall safe. Beim Fett könnt ihr euch dann in einer Range zwischen 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufhalten. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht würde ich euch allerdings nicht empfehlen, denn wenn ihr sehr viel Nahrungsfett zurücknehmt, dann wechselt es, dann konvertiert es relativ schnell auch zu Körperfettung und natürlich auch Fett verlangsamt die Verdauung und das möchtet ihr eben im Aufbau nicht, weil ihr eben beschäftigt seid, sehr, sehr viel Nahrung zurückzunehmen. Dementsprechend meine persönliche Empfehlung, 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dadurch habt ihr den besten Kosten-Nutzen-Faktor und die schlussendlichen restlichen Kalorien füllt ihr dann mit den Kohlenhydraten auf. Das könnt ihr dann ganz einfach ausrechnen und dementsprechend wichtig jetzt schon vorab zu nehmen. Wenn ihr Anpassungen vornimmt, dann lasst ihr eigentlich immer die Proteine und Fette relativ gleich und fahrt dann mit den Kohlenhydraten nach oben, weil die Kohlenhydrate eben maßgeblich sind für die Performance im Gym und das möchten wir eben die Performance im Gym nach vorne pushen. Kommen wir nun zu der Zunahmerate im Aufbau, also der ROG Rate of Gain. Die wird immer in Prozent angegeben und dementsprechend auch monatlich betrachtet, weil man eben wöchentlich erstens mal relativ wenig sieht im Aufbau und zweitens auch man relativ viele Schwankungen hat, weil man im Aufbau mehr oder weniger auch manchmal auswärts essen geht, auch ein bisschen mit den Nahrungsmitteln hin und her rotiert und da kann es sein, dass ein bisschen der Salz-Wasserhaushalt ein bisschen ins Schwanken kommt und dementsprechend betrachtet man die ROG einfach monatlich, weil man auch wie gesagt Muskulatur relativ langsam aufbaut und dementsprechend ist hier der Betrachtungszeitraum immer monatlich und dementsprechend sollte pro Monat solltest du zwischen 0,5% bis 1,5% pro Monat eben an Körpergewicht zunehmen. Das ist wie gesagt abhängig vom Fortschrittsgrad. Ein Profiathlet sollte sich eher so bei den 0,5% aufhalten und dein Anfänger kann dann eher schon so bei 1,5% sich halt eben aufhalten. Was bedeutet jetzt die ganzen Prozente? Und zwar ganz einfach, bei der Hypertrophie-Akademie gibt es eine Monitoring-Tabelle und da bildet man sogenannte Wochendurchschnittsgewichte. Das könnt ihr auch einfach selber machen und zwar euch jeden Tag wiegen, dann am Ende der Woche einfach eure Wiegeergebnisse durch die Anzahl der gewogenen Tage teilen. Heißt, ihr wiegt euch siebenmal in der Woche und dann zählt die ganzen Wiegeergebnisse zusammen, teilt es durch sieben, dann habt ihr ein Wochendurchschnittsgewicht. Das vergleicht ihr von Woche zu Woche, seht dementsprechend, wie viel Kilogramm ihr zunehmt, könnt das dann mit einer Prozentrechnung umrechnen und seht dann mehr oder weniger, wenn ihr euch länger wiegt, über einen Monat dann, wie sieht dann eben meine Zu- oder Abnahmerate aus und könnt anhand dessen dann auch eben Anpassungen treffen. Wenn die ganze Sache hier viel zu kompliziert ist, schaut euch einfach die Monitoring-Tabelle der Hypertrophie-Akademie an. Da habt ihr eine komplett fertige Tabelle, tragt nur noch morgens eure Wiegeergebnisse ein und die rechnet euch dann alles automatisch aus. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Dementsprechend für alle, die das interessant ist, packe ich euch auch nochmal hier den Link in die Videobeschreibung rein. Wir machen direkt schon weiter. Die Zunahmerate über einen Zeitraum von einem Monat betrachten, habe ich gerade schon gesagt, wegen halt eben den Gewichtsschwankungen. Kommen wir nun zu den Anpassungen im Aufbau. Wir starten direkt rein mit der Zunahmerate. Die ist zu hoch. Dann kannst du erstens mal logischerweise die Kalorien reduzieren, denn du möchtest eine Sache nicht, und zwar unnötig Fett aufbauen. Hier kannst du natürlich den theoretischen Kalorienüberschuss ausrechnen und dann an die Empfehlungen anpassen. Das machst du ganz einfach so. Wir haben ein simples Beispiel, damit jeder versteht, und zwar ein Kilogramm Körperfett sind circa 7000 Kalorien. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal, oder nehmen wir mal an, dass du 500 Gramm pro Woche zugenommen hast. Deine Ziele sind aber 250 Gramm pro Woche und dementsprechend ist das jetzt mehr oder weniger ungefähr bei dir eine ROG von 1%. Heißt, du hast deutlich zu schnell zugenommen. Was du jetzt ausrechnen kannst, sind 500 Gramm geteilt durch diese 7000 Kalorien. Heißt, du bist 3500 Kalorien pro Woche im Kalorienüberschuss. Dein Ziel ist aber, wie gesagt, deutlich weniger zuzunehmen. Heißt, du rechnest das auf den Tag runter. Heißt, die 3500 Kalorien teilst du durch 7 Tage und siehst dann, alles klar, ich befinde mich jeden Tag 250 Kalorien im Kalorienüberschuss. Dementsprechend nimmst du dann eine Anpassung vor und zwar reduzierst deine Kalorien um 250 auf 250, damit du dann pro Woche nur noch 250 Gramm zunimmst. Das wäre dann in deinem Fall eine Zunahmereite von 1% pro Monat und passt dann für dich perfekt. Dementsprechend kannst du auch einfach die ganze Sache relativ pauschal handhaben, wenn du es so ein bisschen im Gefühl hast und sagst, oh, ich habe so ein bisschen zu viel zugenommen. Dann kannst du auch, ohne die ganze Sache auszurechnen, relativ pauschal mal sagen, okay, ich möchte so ein bisschen die Kalorien anpassen, kannst du mal um 150 bis 250 Kalorien reduzieren und dann einfach mal im Laufe der nächsten Wochen schauen, was so passiert. Außerdem optional kannst du die Kalorien gleich lassen und dann wie gesagt dein tägliches Schrittepensum erhöhen, damit du nach wie vor gleich viel essen kannst, aber ein bisschen mehr Kalorien verbrennst und dementsprechend dann auch wieder etwas weniger im Überschuss bist. Das kann man aber nur so bis zum Punkt X steigern, da würde ich es dir nicht empfehlen zu übertreiben, wie genau dann die spezifische Empfehlung für die Schrittanzahl täglich aussieht. Da kommen wir jetzt gleich in der nächsten Folie zu und zwar geht es darum um die ROG, die ist nämlich zu niedrig oder stagniert, dann solltest du logischerweise deine Kalorien erhöhen, das kannst du genau mit der gleichen Prozedur machen, die ich dir gerade schon erklärt habe und zwar den theoretischen Kalorienüberschuss ausrechnen und dann die Empfehlungen anpassen, das haben wir hier relativ basic gemacht oder du kannst auch wie gesagt relativ pauschal die Kalorien erhöhen, das würde ich dir eigentlich immer empfehlen, brauchst ja nicht so viel rumrechnen, du kannst relativ pauschal einfach mal sagen, okay, ich esse jetzt ab dieser Woche 50 oder 150 Kalorien mehr natürlich immer logischerweise an die ROG, also an die Zunahmerate anpassen und dann dementsprechend kannst du wie gesagt auch hier optional die Aktivität verringern, damit du wie gesagt nicht so viele Kalorien verbrennst. Kann eben auch sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel Probleme mit dem Essen hast, einfach ein bisschen die Schritteanzahl aktiv nach unten zu fahren, damit du dann leichter in den Kalorienüberschuss kommst. Da solltest du allerdings nicht tiefer gehen als 5.000 bis 7.000 Schritte, weil halt eben tägliche Schritte oder tägliche Aktivität einen wichtigen gesundheitlichen Faktor für dich mitbringt, zum Beispiel auch eine gewisse Grundanzahl von Schritten fördert dann auch mehrere weniger die Verdauung und hilft dir dann natürlich auch im Aufbau die Nahrung wieder schneller umzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dein Ziel im Aufbau soll dir auf jeden Fall sein, maximaler Muskelaufbau bei minimalem Fettaufbau heißt, wir absolvieren einen absoluten Lehnbalk. Du möchtest ganz wichtig konstant im Kalorienüberschuss sein, das ist ein absolutes Muss, denn dein Körper braucht extrem viele Kalorien und Energie, um halt eben Muskulatur aufzubauen und auch vor allem, damit die Performance im Gym stimmt und du richtig Gas geben kannst. Dein Kalorienüberschuss, der ist eben gemessen an dem Fortschrittsgrad, heißt, je fortgeschrittener du bist, desto weniger solltest du in den Überschuss gehen, um halt nicht unnötig viel Fett aufzubauen und dementsprechend solltest du dann dich an meine Empfehlungen für die Makronährstoffe halten, damit die Makronährstoffe stimmen und du dementsprechend dich dadurch dann auch richtig ernährst. Außerdem sollte die Rate of Gain monatlich betrachtet werden, und sich circa in einem Bereich von 0,5 bis 1,5% pro Monat aufhalten. Wie gesagt, da kann ich dir empfehlen, leg dir entweder selber eine Excel-Tabelle an oder nutze zum Beispiel die von der Hypertrophie-Akademie, da wird alles für dich ausgerechnet und dann siehst du ganz, ganz klar, wie viel Prozent in welcher Woche hast du zugenommen und kannst so wirklich ganz klar perfekt Anpassungen vornehmen und dann wird auf jeden Fall nichts schief gehen im Aufbau. Wenn du merkst, ich nehme zu langsam zu, dann wie gesagt Kalorien pauschal etwas erhöhen. Wenn du merkst, oh, es geht ein bisschen zu schnell, ich merke so ein bisschen, meine Form wird ein bisschen zu fatty, kannst du auch hier die Kalorien pauschal ein bisschen reduzieren, um halt wie gesagt deinen Aufbau perfekt zu steuern und ich würde sagen, das war's mit dem YouTube-Video, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, wie ihr es so findet, wenn ich euch ein bisschen Mehrwert raushaue und ansonsten findet ihr natürlich alle Videos rund um das Thema Training, Ernährung, Monitoring und 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 in der Hypertrophie-Akademie. Wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Das war's mit dem YouTube-Video, ich bin raus, euer Kai, ciao.